Oh, well. Ich kannte ein Mädchen wie dich, das ihrer Zeit so voraus war. Das ist ein kleines Dorf. Du bist das Prachtvollste, was mir je begegnet ist. Niemand verdient dich. Und ebenso kleingeistig. Aber klein bedeutet auch sicher. Ich bin wegen meines Vaters hier. Dein Vater ist ein Dieb. Komm ins Licht. Und ich werde kaum versprochen. Nein! Sie sind noch ein schönes Männchen. Wer hat das gesagt? Hallo. Sie können reden. Aber natürlich, er tut nichts anderes. Es ist entzückend, deine Bekanntschaft zu machen. Soll ich dir einen Trick zeigen? Das ist, wenn das letzte Blütenblatt fällt. Dann bleibt der Herr ein Biest für alle Zeit. Und wir werden zu rasch. Was hast du angestellt? Nichts. Verschwinde hier! Ich brauche deine Hilfe. Du musst aufstehen. Seht sie euch an. Was, wenn sie die eine ist? Die eine, die den Bann brischt? Hast du wirklich jedes dieser Bücher gelesen? Naja, ein paar sind auf Griechisch. Wir töten das Biest! Die Schöne und das Biest.